Hi, ich bin der Markus, ich mach einen Film der heißt Tromaggot, darin geht's um eine fleischfressende Socke. Hey Frishti, krieg ich ein Autogramm? Hey, kann ich ein Foto von dir machen? Ja auch mal weh! Hey, kann ich ein Foto vom Autogramm machen? Ja, äh... Hey, Frishti! Du Frishti! Hey! Hey Frishti! Ja, was ist denn? Ähm, hast du Lust in meiner Synchron mitzumachen? Was? Ich hätte lieber Sex mit deiner Oma! Scheiß in ihren Hals und scheiß auf dein Troma! Kennst du Troma? Du lust voll ab mit diesem Schrott! Hör so vor, pisst dich mit you an dem Tromaigott! Das ist voll lustig und fresh! Das Horror nennt sich Horror-Trash! Pussy-Kack-Horror-Trash, das ist voll schlapp! Ich steh auf anspruchsvolle Werke wie Two Girls One Cup! Oh, bitte! Bitte! Frag noch einmal und ich brech deine Beine! Jetzt nimm dein Tromaigent und zieh endlich Leine! Ist doch nur ein wenig Text zu sprechen! Ey, ich meine es ernst, ich werd dir deine Beine brechen! Ach, ein Pirat kennt keine Furcht! Okay, du hast es so gewollt, ich brech jetzt deine Beine durch! Oh, Mann, so viel Glück! 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 Ach, der ist so schwer! Ach, der ist so schwer! Ach, der ist so schwer! Damit solltest du zum Krankenhaus gehen oder so! Ach, nee, du kannst ja gar nicht mehr gehen! Wie komm ich denn um Himmels Willen raus hier? Äh, längst durch den Gang, dann rechts die zweite Tür! Ah, na gut! Oh, dann geh ich mal im Nu! Jo, und sei bitte so lieb, mach leise die Tür zu! Ich hab gesagt leise! Entschuldigung! Komm doch mal her! Ja? So, du machst das jetzt nochmal! Aber mein Bein tut verdammt weh! Du lernst jetzt, wie man leise Tür zu macht! Los! Okay! Geh, gefälligst gerade! Ich kann nicht! Mein Bein tut verdammt weh! Aus diesem Zimmer wird ordentlich herausgegangen und nicht so hingelümmelt! Gib dir mal ein bisschen Mühe! Wie sieht denn das aus? Ich habe ihn easier als Situation zu nehmen, kurz wollte er sein! Wieetos anders auf跟大家 reden! buttsší und Kopf loswerden, Tu de bringe dich doch das 이제 vor. nie perdue? Vielen Dank.